Noch nicht bewertet. Dann bewertet das mal schnell. 3,63. Verdammt. Siehst du, wir brauchen wirklich eine Achterbahn. Fällt mir gerade etwas ein, wie ich mehr Geld verdiene. Ja, da fällt mir gerade wirklich etwas ein. Warte mal, ich muss den nochmal ausschalten. Da fällt mir gerade etwas Gutes ein. Und zwar brauchen wir hier nochmal das Zeug für den Eingang. Und den setzen wir jetzt hier hin. Und dann müssen wir einen Weg bauen. Und zwar hier hin und hier hin. Und der kann weg. Und der kann weg. Und dann kann man nämlich noch einen Ausgang bauen. Den hier. Und da kommt nichts. Dortchen habe ich mir zu überlegt. So. Sie haben nicht genügend Geld. So. Ich glaube, die sind hier unten etwas verwirrt. Aber die kommen da schon wieder raus. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwo. Ne, Moment. Zack, 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 zack. Völdener Mülleimer. Ich habe noch nicht mal 2 Euro. Hat das jemand gehört? Oh, 2 Euro habe ich. So. Sauber so Park habe ich eine Auszeichnung erhalten. Ist sehr schön. Wie viel Geld habe ich bekommen dafür? Sauber so Park. Preise. 300 habe ich dafür bekommen. Sehr schön. Gut. Ich hoffe, dass hier hinten läuft gut. Wir machen. Wir setzen hier einen Preis aber auf 1 Euro. Damit sie eigentlich schon gezwungen werden dort rein zu gehen. Und dann repariert das immer inner. Mann. Paulens Sau hier schon wieder. Ja, da ist doch schon immer ein Weg. Es sind halt bloß weite Wege hier. So. Ja, die kommen schon irgendwie wieder raus. Das Gehege ist zu klein. Das verstehe ich zwar nicht. Aber nimm gut. Das heißt, bei mich dann, wenn da Kinder noch drin sind, wird es noch schlimmer. So. Ich glaube, wir brauchen auch noch so einen Häusel da. Was ist das? Panda. So. Haben wir gleich noch eine neue Tierpflegung mit, oder? Ja. Aber da denkt wieder einen drüber nach aufzuhören. Dann stellen wir heute noch einen ein. So einfach geht das. Wenn einer aufhören will, da wird ein neuer eingestellt. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Aber wir könnten eigentlich noch eine zweite stellen, um noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Weil wir haben ja so wenig. Wenn ich das jetzt so macht, dann brauche ich noch einen Weg zu bauen. 320 kommt. Das muss doch zu verdienen sein. Ja. Das muss ja zu verdienen sein. Komm schon. Bitte. Lass mich nicht im Stich. Ja. Ich kann gerade nicht. Ich muss gerade was hinbauen, damit ich mehr Geld habe, um Getränke stellen zu bauen. Oh. Hallo. 320. Das kann noch nicht so schwer sein. Bitte. Warum heute eine kleine. 160. Kann noch nicht so schwer sein. Es gibt eine 150 hatte ich und 160 schaffte ich. 16. 26. 32. 38. 68. 74. 75. 90. 100. 120. 103. Oh. Nein. Scheiße. Da habe ich noch mal. Wo geht ihr das Geldchen nicht hin? Komm. 160 habe ich gleich. 174. Äh. Quatsch. 74. Ab 9. Boah. Ne. Ich glaube das wird gerade nichts. Wo geht denn das Geld hin? 204 durch die Bahntickets. Wollen die nur zu zweit sein? oder was? Hä? Warte mal. Wir machen jetzt was anderes. Wir tun mal hier. Zack. Oh ne. Das kostet. Ich will das Gehege doch bloß trennen. Nein. Gibt's nicht. Oh ne. Tut mir leid. Das muss ich nochmal 1000 anleihen. Ich will das Gehege trennen. Damit. Ich glaube nämlich die dürfen. Das habe ich mal gelesen. Irgendwie manche Tiere wollen nur, dass zwei Tiere drin sind. Das heißt also. Wir müssen mal gucken. Was hier ist. Der weibliche. Weiblich. Männlich. Das passt. Und dann tun wir jetzt mal vorspulen. Und mal gucken wo die Zweitierpläger abgegeben sind. Dann müssen wir jetzt eben rüber setzen. Da muss jetzt rüber. Da kommt auch hin. Zack. So. Ich hoffe. Das hat jetzt funktioniert. Jetzt müsste auch theoretisch noch so eine Besuchergalerie hin. Eigentlich. Ich glaube das erheben ist doch ne scheiß kacke Idee. Das hat mal besser funktioniert. Und ich glaube viel Geld da hin gebracht hat. So ne. So. Dann müssen wir hier. Tomodorno was vom Gehege weg machen. Und zwar. Das Stück. Und das Stück. Dann komme ich hier vorne. Na. Kommt jetzt noch das hin. Was eben. Tubeleger hat. Kündig habe ich gesehen. Dann müssen wir schnell neue einstellen. Zack. Und dann kommt nämlich. Hier doch wieder ein Stück Zaun hin. Und hier eigentlich auch. Und dann bauen wir einen Weg hin. Und zwar den hier haben wir. So. So. Und dann öffnen wir das Ding hier vorne noch. So. Und jetzt können wir gucken nach Durstständen. Wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Und zwar in Durststand fahren wir hier hin. Das war den billigsten den es gibt. Okay. Die kosten alle gleich viel. Das ist toll. So. Jetzt gibt es keinen Durst mehr. Jetzt können wir euch was zu trinken holen. Jetzt müssen wir noch mal gucken nach unseren Preisen. Wie verdienen wir den gerade? Bahneinnahmen. Sind wir schon bei 313. Jetzt können wir das Übrigens auch wieder ein bisschen hoch drehen. Damit es sich auch lohnt. So. Wo sind wir? 323. Das schaffen wir nicht mehr. Ne. Das schaffen wir nicht mehr. Ja. Was ist denn das hier eigentlich? Zählt das als Bahnticket? Ja oder? Ja. Das ist gar nicht. Wart man den eigentlichen Minigold von Laura. Tierbringer 51 hat gekündigt. Welche ist denn das von den beiden? Schon wieder? Die habe ich doch gerade erst eingestellt. So. Wollt ihr mich verarschen? So. Wie viel verdiene ich durch meine Suchergalerien? Ja es geht. 100 erst. Dabei kostet doch alles nur 2 Euro. Ich habe 3 Vorgeschöpfte habe ich. Und durch die muss ich 300 Euro zusammeln. Kriegen. Im ersten Monat. Beim ersten Mal. Ein 700 und dann 1000 Euro. Aber da kommt ein bisschen was dazu. Ich baue jetzt noch eine Bahn. Ich nehme nur 5. Und die ich bauen muss ohne Geld. Ungepflegt ist der Park. Ja. Ich glaube ich sollte ein paar Mülleimer aufstellen. Aber ich glaube mit der Strafe jetzt kann ich überhaupt nicht leben. Oder 400 hast du mal abgezogen. 300. Hm. Gleich geht es weiter. Auf Philips.